Was für ein Abschlagfinale. Jetzt kommt nochmal der Bentley in die Box hineingefahren. Der Acht Bentley, unplanmäßig für die Insta-Auto. Die sind an der 7. Position notiert. Ob sie den halten können, kann ich nicht sagen. Und jetzt ist definitiv der Kontakt da. Jetzt geht es wirklich nur noch da.